wir spielen überfall auf überwuchert mit oscar mike wir haben eine coole arena dabei die mit schilden zumindest hilft eine tina dennoch fernkampf und nahkampf also recht ausgeglichen die gegner jetzt war ich ein bisschen langsam haben keine heiler so wie ich das gerade gesehen habe okay da ist fernkampf das so die haben auch ein mike zero ist dabei und galt ja keine heiler dafür zwei tanks zwei fernkampf so ja wahrscheinlich wäre es schlau wenn wir oben rauf gehen der rat macht vielleicht gute sachen ist die sound doof oder warum macht die so jetzt kommt der hier an nee okay ich versuche mal noch weg zu rennen vielleicht okay wir können es vielleicht auch nicht schaffen der ist hier okay das war schlecht okay das war ja schon mal ein schrecklicher start ups das wollte ich gar nicht ja mal gucken ob die das so aufrechterhalten können oder ob diese hinterher ein bisschen einbrichen mal gucken will so war das war nicht gut für dieses natürlich ein bisschen nervig wenn die keinen heiler haben da müsst ihr ordentlich aufpassen dass die hier dass die nichts passiert ich versuche mal hier lang weg zu rennen ja ich bin sogar noch unsichtbar wunderbar hat den rückstoß nehmen wir mal ein bisschen raus wir haben zwar keinen richtigen heiler aber zumindest durch die schilde aber da ein bisschen unterstützung wenigstens die scherben machen und erfahrung sammeln ich glaube der rat ist gar nicht so schlecht okay der guide können wir den haben ist das schon weg kammerjäger sehr gut okay thorn habe ich weiß gar nicht ob ich sie getroffen habe gerade ist irgendjemand weiß noch nicht wer okay also die machen das schon sehr gut muss ich sagen ist wenn man jetzt jetzt kommen die mit denen hier an das ist worden gewesen mit der ja also jetzt sind die schon auf unseren wächter drauf das ist natürlich nicht gut okay ich weiß nicht ob ich das okay zu zweit schaffe ich doch nicht okay jetzt machen sie schon schaden es ist denn aber okay da rennt jetzt gerade einer weg können wir auch das mal hier jetzt treffen ja okay er der rennt weg ok randy kommt auch schon da ist der galt okay ja glaubt mit zielfernrohr hätte ich ihn haben können schade da ist ja thorn von denen ist die einfach so gut dass sie sich das erlauben kann so rein zu springen oder ist die schlecht in wirklichkeit naja da kommt ras wollte ich sagen schon wieder so was ist hier auf prall macht er macht feuer schaden ist besser geht da nicht wieder ich hätte jetzt schon mal gerne das das visier drauf die kommen von der anderen seite wieder geht damit nicht gerechnet das war sogar ein doppelkill jetzt ja schade ich hätte mich jetzt gerade raus geschubst shane und aurochs ne 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 können wir noch weg ja ne vielleicht schon kräfte okay so die sind schon wieder hier hinter ne maika ist schon wieder da ja so ne ich genau so jetzt okay mich hat er auch noch ein bisschen getroffen ach er macht's okay ja da hat zwar mein schild angefangen zu regenerieren aber der hat es direkt wieder kaputt geschossen das ist ja dann auch nicht so cool kommt der nochmal vor ich müsste mal zum heilteil hier es war kaputt oh was baue achso wahnsinnig anlagen hab ich den schon mal achso so ein geschütz hab ich gebaut ja das war auch gut gemacht ja da kommt schon wieder mike okay einmal für die da kann mich ja diesmal wahrscheinlich gar nicht treffen oh ne können wir nicht mehr haben oder können wir doch haben im hinterher rennen achso achso granate hep he he ja misst aber ich krieg's nicht ne krieg ich nicht ist jetzt ernsthaft wieder hergekommen das gibt's ja gar nicht aber das schafft die doch nicht oder warum okay warum überlebt die so lange das gibt's doch gar nicht meiner herr ne ich will erst Teile kaufen kosten die 900 naja okay das ist leider nicht so der präzise Sniper huch wächter unter Beschuss mist okay also ich glaub die sind die sind zumindest Shane und Aurox sind recht gut von denen der hat schon das freigeschaltet als ab okay ja damit hab ich nicht gerechnet na gut also zumindest Shane und Aurox und Rath machen das sehr gut bei denen warte mal hier haha noch mal ein Doppelkill so das lege ich jetzt mal in den Weg so noch ein Kill was macht er jetzt haha dreifach Kill zählt sogar jawoll hepp und das bauen wir eine KZ jetzt gebaut das finde ich auch gut ups ging jetzt alles daneben da hinten da war gerade noch einer ne von denen so der Rath kommt von denen ne ja miss okay äh okay der vergnügt sich mit den Schergen aber oh okay unsere Leute sind der Marquis ist noch da aber das war's auch okay das können wir machen verdoppelte kritischer Schaden ist höher Schilddurchdringung ne ich mach taktische Geschosse mehr wahrscheinlich weil ich den Unterschied nicht kenn an alle Einheiten los hier guck mal so ich versuch mal noch wegzukommen vielleicht klappt das ja sogar ne klappt nicht ich versuch's mal okay ich glaub dass der Entfernung ist galt gestorben ne krass da ist er wieder he 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 ausgewichen kommt er nochmal vor okay wir können aufgeben wer macht denn Schaden kommen die von da oben oder was ich will nicht aufgeben okay oh oh ne kommen wir noch weg weiß es nicht ne okay da wird hier wird gekämpft da oben ist zwar noch einer aber ja okay der Mike hat's getan warte mal ich mach das mal hier hin vielleicht hilft das was ja schade jetzt ist der an mir dran ne kann man glaube ich nicht zulassen ich hab keine Ahnung wo gerade wo ich gerade Schaden herbekommen hab von da oben wieder kann er sich nicht mal dahin drehen und den weg machen ich strebe nach deiner Seele ne schade oh oh es war ja knapp für mich okay die überlebt das schon wieder ne ich ich halte es einfach schon mal hier hin ich weiß nicht ob das klug ist wahrscheinlich eher nicht ich möchte es trotzdem noch nicht obwohl ich jetzt immer nicht weiß sind das jetzt ne Leute die einfach schlau sein wollen und einfach denn wieder schnell in die nächste Runde oder sind das einfach so ne die keine Lust haben sich anzustrengen ja gut können wir doch da ist doch Shane Rock stand wenigstens voll drin okay ne okay ja da haben wir noch ein Assist geholt die Streuung ist aber schon recht hoch ne auf die Entfernung hoch okay okay kommen wir noch weg vielleicht vielleicht auch äh eher nicht so sitze mal oh das war ja nochmal okay ich bau das einfach mal hier vielleicht noch aufhalten ich glaub die macht das richtig gut Schilddurchdringung ich dringtein von hier Schilde einfach mehr Schaden ja das ist das schon gut so so gehen wir jetzt alle auf Shane und Orcs ist äh ne da ist sie weg okay ne ich werd bekämpft Maki oh ne okay ja das ist wer nochmal weggekommen doch Maki müssen wir eigentlich helfen ich pack das mal hier hin sicher ist sicher kassiert der jetzt auch nochmal ein bisschen davon jawohl da sind sie weg oh der das ist ein super Roboter ja ein kleines Geschenk für alle okay stimmt wir haben Thorneweiler nicht mehr gesehen kann das sein wird zumindest nicht aufgefallen ups alles klar okay die sind schon wieder drauf hier äh Thorne ist da Mist klingen wir die noch ne ich pack das mal hier vorne einfach hin mhm okay da war wenigstens noch ein Assist für wen auch immer ne da komm ich komm ich nicht mehr raus oder doch komm ich oh keine Ahnung wie das jetzt geklappt hat ja den können wir wahrscheinlich ne okay das sieht jetzt so aus als würde das gleich vorbei sein weiß noch nicht richtig von wo von da auf jeden Fall ja hier ach mich auch okay aber das wird jetzt wahrscheinlich auf den ja was macht ihn vielleicht noch nicht kaputt hey was denn ach da ah okay ne okay ja diesmal und was nicht der hat einen albernen Hut auf okay ich würde es jetzt durch Wachsen nennen aber das war glaube ich einfach nur schlecht tja ich glaube von mir waren ein paar ganz gute Aktionen dabei aber insgesamt war das ja nicht so toll da genau ein Doppelkill war aber bei ein Dreifachkill ja eigentlich auch fünf Dreifachkills im Jahr so guck mal da sechs aber sechs zu neun oh die waren ja alle beide haben okay okay der der aber sie macht er nicht aber der hat gar nichts gebracht Andy auch nicht okay zweimal ist er okay das war dann okay ja was der hat sich gar nicht so gut angefühlt dachte ich und die dachte ich wäre eigentlich viel besser okay aber das hier habe ich mir gedacht und das hier auch einmal gestorben nur ja okay ja war am Ende jetzt nicht so toll können wir hier was gucken ja auch 31% nur okay ja war von allen glaube ich nicht so gut na gut dann machen wir jetzt Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Battleborn ein das ist das ist das ist де ich ein weiter auf ist ja ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017